Im letzten Markus-Mahl-Video war zugegeben nicht der gesamte Zeichenprozess von Captain Arminia drin, sondern nur ein Ausschnitt. Was daran lag, dass es weniger um das Bild ging, als vielmehr um die Grundlagen des figürlichen Zeichnens. Deshalb hier jetzt ergänzend zu dem vorherigen Video der gesamte Zeichenprozess von Captain Arminia im Zeitraffer mit Musik. Kommenden Sonntagvormittag gibt es dann die Kolorierung von Captain Arminia zu sehen. Die mache ich auf dem iPad Pro mit dem Apple Pencil und einige mehr. Also wenn das spannend für dich ist, dann abonniere den Kanal, erzähle deinen Freunden davon. Aber jetzt ab in die Zeit. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.